Ich hab Go One. Warst Survival Games aufnehmen? Und wir sind... Ey, ich bin hier in der Arena. Wir sind aber schon drin. Wir spielen jetzt eine Runde des Survival Games ohne Neko. Ohne Neko, ja. Wunderschöne Sachen. Und ohne Onkel. Ich kann die Aufnahme abbrechen und warten, bis es fertig ist. Nein, du machst jetzt hier weiter. Los, rede. Okay, IMAX läuft. Ich laufe hier durch den Gang. Alleine. Das ist wie Abtreibung. Ich hab Meisen-Schwitz. Warum habt ihr Items? Ihr seid solche Cheetos. Oh mein Gott, die Cat. Ich hab Schnaußer. Oh, ich hab gerade richtig schöne Verfolgungsmusik an hier. Echt? Ich hab keine Musik an. Ich hab von Strong... Oh, Shader Licht war kein... Headshot! Yeah, tötet's. Mann, man ist automatisch Fame in dem Spiel, wenn man hier ein Eisenschwert hat. Was ist denn das? Das ist... Das ist eine normale Logik. Mann, ist automatisch Fame, wenn man ein Eisenschwert hat. Hallo, Kate. Ja, da kamen gleich drei Leute auf mich zu. Alter, was ist das hier für ein Baum? Boah, auf dem Server. Was auf dem Server? Boge mir, lass mal... Ich weiß nicht, was es mit diesem Server ist, aber ich kriege hier immer Frame-Einrichte. Boge mir, Schnaußer! Hilfe! Hat mich Boge mir gemütet, eigentlich? Also, ich hab drei Frames konstant mit Shader-Mod und mit Musik. Ich bin glücklich. Drei Frames konstant. Ja, ich hab bis so drei Frames und dann geht's plötzlich auf zwei runter und dann geht's plötzlich wieder auf 60 hoch. Da oben über uns... Floboid und Zwieback-Media! Fuck! Boah, um hier! Wir werden sterben! Wir müssen sneaken! Zwieback-Media ist übrigens auch auf YouTube, soweit ich weiß. Wer? Fuck! Die Chess ist leer! Zwieback-Media. Zwieback-Media. Er hat Rüstung. Aha. Tarnung! Tarnung an! Tarnung an! Tarnung activated! Warum geht meine F-Taste nicht? Meine F-Taste klänkt. Ich hab meine F-Taste. Watch mal um die Ecke. Oh mein dicker Mann! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Tarnung! Tobi, wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich hab ne Lederhose. Hä? Wer ist das? Dieser Kommentar. Ich hab ne Lederhose. Ich hab zwei! Oh, das wird Spaß, dass ich jetzt zwei gehabt habe. Drei Lederhosen! Von unten! Headshot! Ach, ich hasse eben Plätze. Dann gehen wir mal in die nächste Arena. Das ist verdammt laut, ne? Äh, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung! Ich bin irgendwo oben auf dem Boot. Wir machen erstmal hier Lagerfeuer. Nice. Wir sehen uns Lagerfeuer, die... Woher mir, wo bist du hin? Guten Tag! Ich bin der Schaar! Sie bin geboren und auf dem Land eingekühlt worden. Woher mir, wo bist du? Martha! Martha, komm zurück! Reden wir halt mal alle durcheinander. Okay. Wie bist du auf den Baum gekommen? Ich bin von da oben hier hoch. Ist egal. Wer sagt eigentlich die ganze Zeit meinen Namen? Äh... Ich kenn meinen Namen. Schön, dass du... Ne? Komm mal rüber! Ja. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal hier ran. Und suchen noch was zu essen. Weil ich habe nur noch einen Appel. Und ein Appel wird uns nicht viel... Ne Appel und ein Ei? Das tausche ich gerne... Könnt ihr alle mal SG Vote machen? Die in der zweiten Arena stecken? SG Leerzeichen Vote. Mit einem Slash davor. Wer hat ein Eisenschwert und nur eine Goldhose? Du hast ne Truhe. Oh, Bochumir! Warte. Was willst du? Das oder das? Ich kann gar nicht kommentieren, weil die alle so viel redet. Ja, dann kommentier einfach darüber. Okay. Ich bin sowieso lauter als die. So, wir haben viel zu wenig Essen. Wir haben keine Waffe, aber wir haben Hauptsache ein Kopftuch. Oder wie heißt das bei einer Putzfrau? So ein, ähm... Kopftuch? Nee. Nee, das ist ja... Wo gehen wir da hin eigentlich? Flurbeut nicht mal die Chests sammeln. Soll ich euch meine Koordinaten sagen? Oh, was? Da hinten ist jemand! Wo? Zwieback! Wollen wir jetzt Zwieback versuchen zu... Hat er den Wurst? Ja, wir sind drei Leute und er hat Rüstung, wie du bereits vorhin festgestellt hast. Ja, wir haben auch Rüstung. Und jeder, äh, Kopfbedeckung. Aber er hat einen Goldappel! Komm! Uff! Den klappt noch nieder! Alter, war das nah! Was? Maxed? Achso, das ist der... Warte, er sieht uns nicht! Er sieht uns nicht! Er sieht uns nicht! Erst bei einer Chess! Die Schuppen runter, wartet! Wir sehen ihn nicht! Er sieht uns nicht! Na, na, na! Wow, ich hab da hinten Disco-Bäume! Yeah! Bei uns ist hier aber auch ordentlich gewittert. Wollt ihr ihn verfolgen? Mann, warum sind... Ey, wer ist Flohbeutel auch in dem Terrace? Ja? Flohbeutel, hast du mich gerade? Ja, hey! Du bist dran, mein Freund! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Verpüßt ich mir kein Geld! Hau ab, geh weg, verschwind dich dahin! Oh, der ist bei dir! Niko! Ja bitte, bis für den Termin! Boah! Echt? Yeah! Worthy! Bordomir, du hast sie angeatmet! Ähm, Niko, da musst du nicht reingehen, aber ich schon bin! Hey! Also, ich hab ganz viel Suppe! Oh, oh, Crafter... Nein, das ist der Kuppel! Ja! Wo ist da, brauchst du nicht reingehen, nein! Okay, da brauchst du nicht reingehen, da war ich schon, oder? Wo ist da? Ja! Ja, der Riesentempel darf davor, du stehst! Global Test, wir haben leider noch ein Muster von uns beiden sterben! Ich bin ein Riesentempel, ich bin keiner vor keinem Riesentempel! Ja, ich seh' dich doch, du stehst halt nur auf dem Bergafgar! Boah! Ne, ich auf dem Bergafgar! Ich lauf' grad in nem Tal entlang! Boah! Ja, ja, ja! Meine Koordinaten sind 76,93! Ach, dann greif' ich dich eben an! Es gibt nen Touchscreen-Mode bei... Ja, dann mach das mal! Ja, Touchscreen-Mode ist, wenn du dieses Ultra-Buck hast! So, okay! Wollen wir jetzt gehen weiter? Wir haben jetzt erst nur ein bisschen Zeug! Ich meine Rose noch mal! Okay! Okay! Lagebesprechung? Hier gibt's irgendwo noch Chests, ich weiß das! Hilfe! Nein, you don't say! Hilfe! Ist da oben ne Chests? Weiß ich! Ne, ich denk' nicht, oder? Ich war schon mal auf diesem Island in der Folge mit IMAX! Hilfe! Und Micha! Hallo! Ich bin so alleine! IMAX, wo bist du? Alleine! Bist nix! Alleine, allein! Ich bin auf einer Insel! Alleine, allein! Alleine, allein! Guck mal, nein! Ich bin auf einer Insel und links unten in der Karte! Wer steht wo, Afkaren? Komm rein ins Wasser, Cat! Es ist Herrfro! Ein Afkaren! Was? Die Cat spielt mit, die ist auch da... Oh! Ach, die läuft hier mit ins rum! Der neueste Apfel irgendwas, der ist auf Keep Nation schon gebannt! Wo wir da hin ist ein Turm, da können wir mal hingehen! Ja! Es gab ja auch irgendwo in der Nähe so einen Geheimteil... Biefing! Der hat mich immer gestalkt, ey! Der ist bei uns auf dem X-Gaming-Server da ist! Ja! Ich hab noch einen Helm! Der käme mich doch toll noch! Das ist ein Lederhelm! Ich hab Gold auf! Hast du was? Ich bin, ich bin hier vollkommen äh... Ich hätt dann auch Gold auf! IMAX, wenn du willst, können wir Team machen! König und Könige, ne? Nein! Nein! Genau! IMAX! Ich hab Eisensachen, also ich... So, guck mir, wo geh mal hin! Zu der Höhne oder zu dem Turm? Voller Eis! Wo geh mal hin? Zu der Höhne oder zu dem Turm? Voller Eis! Ja, kannst du mal sehen! Ich bin in Arena 2 im Übrigen, ne? Und ich hab Essen, wenn du willst! Ich bin in Arena 2! Und zwar hier! Nicht reinspringen! Ganz wichtig! Ich seh grad Muffin laufen! Ich würd mir gern Boot craften und einfach nur flüchten! Achso, du bist um! Was hast du denn alles, IMAX? Hast du ne Gold... Ich hab Lederhose, Goldhelm, Lederhelm und was was! Ich mein grad an! Was hast du grad an so? Was ist drin? Goldschuhe, drei äh... Nicht gekochte Schweinekoteletts und Lederschuhe! Okay, gut! Kannst du mir mal die Lederschuhe mitgeben? Kannst du kurz auf F3 drücken oder ist es grad unpasst? Weil dann kann ich nicht zu dir kommen! Ich hab zwei Paar Lederschuhe! Okay, dann... Meine Koordinaten... Minus 200... Ich komm von Zalando... Minus 200... Wer lebt hier noch? Direkt in der Nähe, ich könnt dir ein Schwert geben! Wer ist bei wem in der Nähe? Crafter, ich hab dich gesehen! Passt schon! Ich kann... Versteck mich jetzt hier oben! Wenn ich mich mit allem... Oh, da ist ein Schwein! Bis ist vorbei! Bis es vorbei ist! Ja, genau! Tötet euch bitte gegenseitig! Ich bin gleich bei dir! Ist hier noch was? Oder geh immer zum Turm? Ich würd sagen... Eisenturm! Oh yeah! Zum Turm schon! Zum Turm schon, ne? Turmschall! Schätze rein! Da ist der Turm schon! Ich hab mich so gefragt, ist der hier in der Höhle geblieben? Hä? Hä? Wo geht ihr hin? Da ist der Turm! Do not say! Na gut, da gehen wir eben dahin! Du hast eben gesagt zum Turm! Ja! Ich hab meine Render Distance gerade runtergestellt! IMAX, wo bist du? Ich versteck mich hier! Ich warte so lange, bis alle tot sind! Der letzte wird elendig verhungern! Wo bist du? Also ich sag einfach mal ganz kurz, für die, die bei mir zuschauen, ne? Im Norden! Lauf grad zur Eiskrone! Ich seh hier an der Seite meine Rüstung, koordinatet und tag! Also zur Schneespitze, besser gesagt! IMAX, ich bin 200! Ne, ich spreche nicht! Minus 200, minus 300 bist du da! Okay, hau, und rüste! Warte, warte! Ich komm runter! Ich hab nur ein Holzschwert! Ich hab nur ein Holzschwert! Der Kobbel ist hier irgendwo im Norden! Ähm! Scheiße! Wir können den Goldschwert durch die Rüstung! Ahhhh, ist so viel! Äh, du müsstest im Süden sein! Lauf mal nach Norden zum... Ich hab nichts gesehen! Ähm... IMAX, welche Höhe hast du? Ich hab jetzt noch... Minus 200, minus 300, ich steh auf Höhe 15! Verdammt, ich hab noch 3, äh... Ach, jetzt minus 300 auf einmal! Minus 200, minus 300! Wo bist du? Ah, minus 200, minus 200, ne? 300! Cat? Ja! Brauchst du was zu essen? Ne, ich hab... Okay! Ich hab grad ein Eisenschwert gefunden! Ich bin sofort da! Ah gut! Wo haben die alle die Eisenschwerte her? Buchen mir Attacke! Wir sind in einer anderen Mannschaft! Also... Wir sind in einer anderen Welt! Was willst du damit sagen? Achso! Du bist bei dem Kreuz? Bei dem Kreuz ist es dahinten! Lauf mal weiter Richtung Norden! Oh, ey! Ich mute gleich alle hier im Channel, ey! Ich hab's ja auch schon überlegt! Biss! Aix, ja! Abba, nehm dir! Boah! Ich hab's welchen Glück gefunden! Herr Spaß hier! Äh... Äh, es sind nur Lederhöh- äh... Lederhöh... Lederhöh- 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 Hast du eine Goldhose? Äh... Ne, nur Lederhöh- von The Cave-Puller. Ist hier grad die Cave-Puller auch weiter? Ok, dann lass mal hingehen! Der hat mich bei mir geklärt zu! Der hat mich bei mir geklärt zu! Gut! Ähm, wir beide gehen das mal in anderen Channel! Keine Ahnung, Schutz. So, meine Lieben, mir ist das gerade zu voll. Deswegen bin ich jetzt mit dem Herr, mit dem Herr, mit dem mit dem mit dem lieben Herrn Paul sind wir jetzt hier unterwegs auf der Mission überhaupt zu überleben, irgendwas Sinnvolles zu finden. So, machen wir jetzt hier noch ein episches Thumbnail mit dir. Zack, wunderschön. Gut Jetzt haben wir ein Schwert, jetzt müssen wir nicht mehr Auf der Insel campen Ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein Let's Play Erstmal hier schon anfangen, Holz abbauen Gut Wow, Alter, hast du mich jetzt erschreckt Scary face Ich habe übrigens eine Bottle und eine Bowl Und so ein paar Ein paar schöne Wie nennt das Dinger überhaupt? Was sind das hier eigentlich für Bäume? Schau dir das mal an Das sind die Mongo-Räumer, ja, aber übelst Mongo-Baum Lol Voll der Fall, muss ich mal Micha sagen Es ist schon ganz hell So, was machen wir? Machen wir ein bisschen Strandspaziergang, voll romantisch Jetzt musst du im Hintergrund so eine Musik laufen Warte, 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 warte Das können wir doch gleich mit einbauen Für was haben wir denn hier iTunes? So, zack Hast du Mac oder hast du Ich sitze am Windows Liebevolle Musik Ja, es ist keine liebevolle Musik, aber sie ist schön So Passt du gar nicht zur Survive-Own-Schaf Sei vorsichtig, dass es uns nicht sieht Hier Sei vorsichtig wegen Copyright, mach mal aus 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 Ja Aus 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 Ein schönes Klavierstück ist es Ich kenn das sogar Ja, das ist gut Das find ich auch gut Also Von wem ist denn das? Äh, oh Weiß ich gar nicht Ich hab's nur so auf dem Handy Von Kumpel hat er mir das aufschickt Da vorne Hups Nein Das ist doch Das ist doch der Weg Crafteric, oder? Crafteric, oder? Nein, das ist glaube ich Entweder das ist Niko Egal, wir gehen hin, wir gehen hin, wir gehen hin Nee, Niko ist gar nicht in der Welt Nee? What the fuck? Okay, Kampfmusik Voll die Kampfmusik Meine Zuschauer können mir jetzt voll zustimmen Das ist jetzt Aufzugsmusik Das ist so schlimm durchs Planetzeit spielen Ich hab ja mein Schwert weggeworfen Warum ich's weggeworfen hab? Ich hab Kuh gedrückt Bei Planetzeit muss man Kuh drücken, um die Gegner zu orten So, der müsste jetzt Planetzeit ist, oh, ne Kiste Ähm, der hat die Ganty da aufgemacht Planetzeit ist so ein Future Ne, gar nicht Die ist sogar ein Lederhelm und ein Apfel Ähm, Planetzeit ist so ein moderner Zukunfts-Shooter In Steam Auch in Kooperation mit ProSieben Games Oder so So, aber wo ist der Typ? Der kann ja nicht einfach die spawnen Ist auf jeden Fall ein Super Saiyan Der macht, äh, momentane Teleportation Das hab ich gemerkt Komm mal hoch mit Äh, zum Turm Oh nein Der Todes Turm Äh, ich seh da jetzt keinen Namen Also so tot, tödlich soll er nicht sein Ich glaub, da drin sind die Maya drin Ja genau, die haben sich vergraben und schreiben neuen Kalender Die wollen schon, die wollen schon anfangen, wie er für 2013 was zu schreiben Ja genau Auf einmal sitzt Steves Jobs und da so ein Computer Äh, nein, das hab ich nicht ausgeplant So Den Helm da liegen lassen, sonst kommen wir nicht hoch Nein, ich will ihn nicht liegen lassen Nein, oh, ich hab ihn eingesammelt Scheißdreck Mann, IMAX Ja, echt, gell? Kann man ja nicht mal professionell arbeiten Jetzt hab ich ihn schon wieder eingesammelt Willst du mich verarschen? Nein Nein Willkommen in deiner neuen Runde Let's play Terraria Terraria Michael Nein Scheiße Er hat uns Wer? Da ist kein Michael Oh doch, da ist noch Zeug drin Ja, hab ich mir schon gedacht, dass da keiner was eingesammelt hat So, ich rob mal einfach alles auf Ja, haut aus Da war nur Lederzeug drin bei mir Ja, bei mir war auch nur ein Leder, denkst du Sonst hast du alle leer gemacht? Ja, ein bisschen Leder und eine Enderperle hab ich noch Ja, Enderperle ist dann gut zum Flüchten Ich glaub, du willst auch ein paar Fische, oder? Oder hast du selber viel essen? Ähm, viele nicht, aber zwei rohes Fleisch und einen Apfel Okay, gut, dann geb ich dir mal ein bisschen was ab Ich hab nämlich, äh, irgendwie, äh, 18 Fische und so Wow, Alter, okay Müssen wir mal gucken wegen Ofen Hier ist auch noch was, ne? Dankeschön Aber da kann man die ganzen Leder, ne, man kann nur noch Holzzeug verbrennen, ne? Ja Ja, Leder brennt ja nicht Dann lass die Holzschwerte oder sowas verbrennen Holzschwerte? Alter, da hinten heißt wirklich einer Maxed? Ja, ja, ich hab dir auch schon mal erzählt, dass es da welche hier auch in TeamSpeak kamen Ja, die in TeamSpeak hab ich ja schon gesehen Diese Maxed Maximal Zocking da Ich find das schon ein bisschen dreist, ehrlich gesagt Die faken euch ja Aber er hat ja mit einem X und zwei Ds, ne? Ja, richtig Deswegen Maxed Gaming mit Doppel-D haben wir mal in der Tech-It-Folge gesagt, aber da gab's die schon Ähm Ja, das ist keine Ahnung wer, das sind auf jeden Fall Jüngere und ich find's halt schade, wir haben da den ganzen Tag drangesessen am Namen, die nehmen ihn einfach, bauen ihn ein bisschen um Oder versuchen ihn Dieses Maximal Zocking kommt halt einfach für mich irgendwie nur so rüber Komm, wir bleiben hier am Strand Ähm Kommt für mich so rüber wie einfach ein Versuch, Maxed Gaming zu übersetzen und man weiß nicht für was das Maxed steht Ungefähr so Also Sieht das für mich aus Also Man könnte ja das Maxed als Maximal übersetzen Und Gaming ist ja Zocken Und dann halt das Ing noch dann Zocking Dann hast du Maximal Zocking Ist auch eine super Werbung für die, die wir grad machen Yay Schaut doch mal bei Maximal Gaming vorbei Aka Mixed Gaming Ja Die, die, die gucken ja sowieso grad auf Max Gaming Das ist jetzt ja Oh ne Kiste Ah ne Boah, du scheiß Dirtblock, der sah aus wie ne Kiste Dam 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 Ja, echt Ding Habt ihr das gehört gerade bei mir? Ne Oh, dein S ist fertig Ne, genau Micha sitzt ja schon halb in der Küche So, so mit nem halben Arm so schon in der Tür drinne Nicht ganz Ne, aber ich brauch nur einmal kurz mit nem Stuhl nach hinten Hinten zu fahren Guck mal kurz Erstmal Genau, er muss einmal mit nem Rollstuhl nach hinten fahren Dann knallt der Schrank auf Mit nem Rollstuhl Mit seinem Besteck Dann die Mikrowelle Ja So ne schöne Leitsensor, äh, Leitung gebaut Schön mit Redstar und alles verkabelt Genau Natürlich Und dann muss er einfach nur noch einmal kurz mit nem Fuß auf den Boden treten Dann ist eigentlich alles fertig Mhm Sehr schön Micha im Rollstuhl Dann kann man sagen, yes, I did it So schnell geht man in die Küche und holt sich ne Pizza Micha Er grade Ja Wenn, dann musste Micha ja nur mit seinem Rollstuhl zurückfahren Neeee Dann hat man dieses kurze Knicken, dann auf einmal, oh, die Batterien sind leer, ich muss sie auswechseln Ach nein, ich komm nicht an die Batterien von hier Meine, meine, einmal, hast du mich vielleicht übersehen? Nein Du bist eben an Wang Quishoa vorbeigelaufen, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist Ich werd, ich werd das ganz kurz untersuchen 20 Minuten später Es ist doch so übelst dunkel bei mir, ich seh nix Gehen wir doch mal zu der Spirale da Ihhh, ich will nicht zu ner Spirale, das ist doch eklig Ich muss mal mein In-Game-Sound, Leute, Mann Ja, das war laut immer Ich komm mir irgendwie so vor wie im Dschungel-Camp Ja Jetzt grade Stimmt Gut, haben wir schon mal nen Titel Im Dschungel-Camp mit Paul und dem Fuchs Miiiih So Hallo Anybody Komm wieder irgendwo hoch Okay, ich glaub wir müssen erstmal die Moderatoren finden, damit wir überhaupt hier irgendwie mal rauskommen aus Australien Ich glaub, so müssen wir's machen Ja, wir müssen, genau, wir finden jetzt erstmal den Dirk Bach Und wie heißt die andere? Keine Ahnung Wir gehen jetzt mal kurz zu Gott Knock Knock Ähm Was ist das da? Der Bacher ist tot Oha, Alter, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen Schon schade irgendwie, weil das da Und du gerade sagtest, wir müssen Dirk Bach finden Leuchenschinder, ey Leuchenschinder, ey Oho 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 Warum krieg ich keine braunen Pilze? Okay, das hört sich jetzt echt eklig an, äh, braune Pilze Ich hätt gern Fußpilz zum Mitnehmen Sind wir jetzt alle in Lena, oder was? Ja, zu dritt Zu viert Bezieht Burromi und Schnauze kriegen sie ja gar nicht mehr die Um Das ist das reine Alleinunterhalter Echt? Ist das so still da um, oder was? Nein Die, die anderen haben gar keine Chance Achso Ich bin's Jetzt kommen sie alle runter hier, oder wie? Yo, Leute. Wir versuchen hier gerade ein schönes Let's Play zu machen. Echt mal. Wir haben hier gerade schön angefangen. Let's Play. Wir laufen ganz romantisch hier. Was ist das da? Oh, oh. Onkel. Ja? Ja, die Bärte, mein Haus. Nein, ich sterbe. Dein Haus. Nein. Du hast es gesagt, Gast. Ich sterbe. Er warst du. Nein, deine Falle. Dann müsste ich nur mal schauen. Nein. Nein. Nein, warum habe ich auf den Redstone geschlagen? Wind und Elf Konradi. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen in der nächsten Folge. Tschüss.